So, Chapter 11, Deadline. Guns Attract Tension, nicht Distract Distention. So, wir werden wieder die Rami nehmen, für extra Munition. Ich habe der Level gerade schon mal eben kurz angespielt. Aber wir müssen den hier relativ schnell fertig machen. Und dann hier die Schallgeddampte Pischel nehmen. Nee, Quatsch, ich hätte das ja ganz anders gemacht. So, ich hätte die nämlich alle im Nahkampf dann ausgeschaltet. Autsch. Müssen wir nur ein bisschen aufpassen. So, dann haben wir die nämlich alle schon mal erledigt. Dann nehmen wir uns nämlich hier die schöne Schallgeddampte Pischel. Und randalieren irgendwie nicht. So, dann ist die Staging nämlich schon mal clear. Ab in den Aufzug. Wenn wir jetzt rum angekommen sind, sobald die Tür offen ist, schnappen wir uns den. Den nehmen wir uns auch direkt. Ah, oh, okay, das war mir jetzt neu. Ich kann auch Geisel nehmen. Okay. Das fand ich jetzt irgendwie cool. Muss man nur erst mal wissen. Der weg. Der weg. Der weg. Der auch. Der geht so ruckzuck mit der Pistole. Autsch, der war schneller. Aber vom Prinzip her war das schon mal richtig. Au, au, au. Zack. Der tot. Der, der. Wir nehmen uns hier die andere Pistole mit. Und gehen hier oben lang, würde ich sagen. Ne, da ist ja gar nichts drin. Der Rest ist ein bisschen unten lang. Au, 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 au. Aber der schrubt den Kacker. Der hat. Der hat genervt. Autsch. Das war dumm. Das war noch dümmer. So. Jetzt, wenn ich heute hier den in den Flow reinfinden. Wenn man den trifft. Der. Au, das war fies. Au. So. So, jetzt. Konzentration hier. Oh. Okay. Ach. Der ist weg. Dieser Sack mit der Schuhe könnte. Ach. Tot. 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 Noch mehr tot. Hä? Au. Der war nicht ganz tot. Oh. Der. 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 Dann. Der. Oh, kacke, 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 kacke. Man sollte auch auf seine Munition gucken. Das verhindert, dass man nun auf einmal ohne Munition dasteht. Dann switchen wir hier mal eben. Der war ein bisschen schneller. Nächster Versuch. Und das hin. Der ist hin. Und Munition ist alle. Ja, wunderschön. Mann, 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 Mann. Wir sind immer so ein Bruchteil einer Sekunde schneller als ich. Mann, das ist ganz klassisch hier. Am besten immer zwei Schüsse abgeben. Geht zwar ein bisschen auf Munition, aber man geht sicher, dass das Ziel dann auch tot ist. Der ist auch schön. Ist da oben noch jemand? Nein, also müssen wir da unten rein. Hey, das sind zwei. Machen wir schon mal hier einen. Stage clear. Yay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wieder ab und den Aufzug. Wieder hoch. Gut. Na, Munition ist her. Nicht gut, nicht gut. Jetzt müssen wir mit der Schrotwind hier weiter. Aber erst mal in aller Ruhe. Wo bleiben sie? Gut, der ist tot. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob wir vorne sind. Ne, hier ist... Ach, da ist nichts mehr. Da ist einer. Da ist auch ein. Da waren Scheiben. Autsch. Schluss mit Lust hier. Gehen wir mal mit dem Basie ein bisschen... ein bisschen ruhig vor hier. Ach, groß. Ich vergesse immer wieder diese Dreckscheiben aus der Entfernung daneben geschossen. Respekt. Schafft auch nicht jeder. Daneben. Voll auf die Fresse. Und mit dem Basie die Fresse eingestammt. Boah. So. Knack. Hier aufpassen. Scheibe und so. Und ich würde immer sagen den Vorderen anvisieren und dann reinstürmen. Da kann man den Hinteren kann man dann umkloppen mit der Tür und dann kann man den Anderen sofort erschlafen. Oder um. Je nachdem. Das weiß ich allerdings nicht weil er vorne Okay. Riechen? Ja. Sehr schön. So. Wenn das einmal läuft, dann läuft es. Voll geil. Bei weitem nicht so schlimm wie das letzte Level. Der Anfang ist ein bisschen knackig hier. Wo? The fuck? Wo? Okay. Aha. Was? I give up your win. Hä? Was? Okay. Ich bin verwirrt. Mal wieder. Gucken wir mal. Was haben wir denn? Neue Waffe freigeschaltet. Mal hier wieder durchtickern. Könnte sogar einigermaßen eine gute Bewertung geben. Finde ich. Boah. 2 minus. Kann man mit Leben. Neue Maske. Peter das Einhorn. Okay. Und neue Waffe ist die UC. Sehr schön. Sehr gut. Was ist denn das hier schon wieder? Aha. Okay. Tod. Hier hinten. Toiletten. Falsch mal den mal an. Hey you. VIPs only tonight. I think you better leave. Ja. Da gebe ich dir sogar ausnahmsweise mal recht. Ja. What the fuck are you looking at? Auf dein Einschlussloch auf der Stirn? Vielleicht? Äh. Okay. So. Ja. Und wir sehen uns dann im Kapitel 12 wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Und tschüss.